herzlich willkommen hier bei einem weiteren video tutorial von digital branding mein name ist sascha wenzel und heute soll es um ein plugin gehen das sich under construction nennt und mit dem wir bei einer live seite eine vorgeschaltete seite erstellen können die auf wartungsarbeiten hindeutet beziehungsweise wir können mit diesem plugin den live betrieb unterbrechen und uns im angemeldeten backend aber trotzdem weiterhin um die pflege und aktualisierung der seite kümmern ich zeige ihnen das am besten im live betrieb wir installieren uns das plugin über die schaltfläche installieren und wie bereits erwähnt heißt es an der construction wir installieren und aktivieren das plugin und wordpress fügt nach der aktivierung auf der linken seite unter dem menüpunkt einstellungen den unteren menüpunkt an der construction auf und wir haben im wesentlichen drei einstellungen die wir hier tätigen können wir können im ersten einstellungsbereich das plugin deaktivieren und aktivieren im zweiten bereich können wir festlegen ob der server ein http 200 status code oder ein 503 status code zurückmelden soll 503 bedeutet hierbei die webseite ist nicht erreichbar und ein 200 bedeutet die webseite ist erreichbar und ok google kann sie also beim nächsten durchlauf mit indizieren was natürlich immer von vorteil ist es sei denn die seite soll natürlich nicht gefunden werden dann wäre diese haken zu setzen im dritten bereich können wir das aussehen der front des frontbereichs von wordpress dann festlegen entweder wir benutzen eine ein mitgeliefertes 7 was wir uns schnell mal angucken können das würde dann so aussehen wir als angemeldeter benutzer sehen natürlich weiterhin das frontend damit wir natürlich sehen was wir für änderungen gemacht haben haben der benutzer der nicht angemeldet ist spricht der besucher auf ihrer seite wird dann diese seite zu sich bekommen einen schwarzen hintergrund und ein vermerk dass die seite bald wieder erreichbar ist wir können uns diese meldung ändern indem wir hier einen page title vergeben können und einen hier der text sowie einen body text zum beispiel normal automobile ist bald wieder für sie da mit klick auf save changes werden die änderungen übernommen und wir können uns noch mal schnell anschauen wie das ganze aussieht mit einem klick auf f5 auf die den refresh button und sehen das plugin hat die änderung übernommen und präsentiert sie dem besucher eine ziemlich interessante weitere option ist dass wir unseren eigenen html code einbauen können das heißt wir können eine eigene an der construction seite definieren oder was noch interessanter ist wir können hier eine umleitung installieren und zwar wenn wir beispielsweise im root bereich des ftp servers die wordpress installation installieren möchten dann können wir auf bereits bestehende inhalte zum beispiel in einem unterordner ganz einfach verlinken indem wir eine weiterleitung einrichten ich habe mir das hier mal kopiert das ist praktisch ein html befehl der sagt bitte lieber browser aktuell aktualisiere die seite nach 0 sekunden und leite auf diese webadresse um das können wir uns natürlich auch noch mal schnell ansehen wir klicken wieder auf save changes und der besucher auf ihrer webseite wird dann sobald er die adresse eingibt auf die entsprechende seite umgeleitet wir wollen das aber nicht sondern arbeiten aktuell an der homepage und zeigen daher diese meldung an und noch mal zur kontrolle wir als angemeldeter benutzer sehen weiterhin das ganz normale frontend ja das war es auch schon kurz und knapp zum plugin an der construction wir würden uns natürlich freuen wenn sie auch das nächste mal wieder dabei sehen und sagen bis dahin tschüss und servus